hallo freunde der virtualität schon jetzt eingeschaltet habt zum heutigen video eigentlich schon eine kurze info es gibt jetzt bald eine rabattaktion von wir optiker und wer wir optiker nicht kennt die bauen uns hier diese schönen teile damit wir diese teile nicht mehr hier drin brauchen ja also es sind sehstärke linsen einsätze für unsere via brillen und das für jede via brille die so auf dem markt ist schauen uns gleich noch mal die homepage an und ja die haben jetzt eine coole rabattaktion vom 18 11 bis zum 30 11 da gibt es auf sehstärke linsen fünf prozent und auf plan linsen das sind linsen ohne sehstärke damit wir einfach nur unsere linsen in der via brille schützen da gibt es 20 prozent drauf und es gibt auch noch einen rabattcode von mir oder einen link da gibt es auch noch mal fünf prozent und somit könnt ihr bei planlinsen ohne sehstärke 25 prozent rabatt bekommen und mit sehstärke linsen einsätze könnt ihr zehn prozent rabatt bekommen und jetzt schauen wir uns einfach mal ganz kurz in die homepage an und ja hier oben seht ihr auch den link ja wie optiker.de coupon gleich tupac via aber ich werde auf jeden fall alles unten in die beschreibung packen damit ihr den rabattcode dann auch nutzen könnt also es ist stapelbar das heißt wenn ich jetzt für die pico 4 mir planlinsen bestellen möchte dann bekommt ihr hier 25 prozent drauf und das ist ganz ordentlich wenn ich jetzt mit sehstärke irgendwas ordere ich sage einfach mal wir geben einfach mal hier einen wert an so ich glaube das sind so meine werte 3,75 irgendwie so da liege ich bei und die werte weiß ich jetzt nicht müsst ihr euren brillenpass natürlich entnehmen und schaut dass der auch aktuell ist also dass ihr nicht jetzt sage ich mal zwei jahre alten brillenpass benutzt und eure augen haben sich vielleicht geändert also da solltet ihr wirklich darauf achten dass ihr dann noch mal zum optiker zum arzt geht eure augen noch mal checken lasst und dafür sind die teile einfach zu teuer damit es nachher nicht passt das wäre echt schade auf jeden fall bekommt ihr dann hier drauf zehn prozent mit meinem code und der rabattaktion von via optiker also ist stapelbar zehn prozent ist natürlich eine ordentliche summe und ja bei planlinsen 25 prozent rabatt ist natürlich auch noch mal eine ganz andere hausnummer und ja wir hier seht ist alles verfügbar hier die quest pro ist geplant da kommt noch auch noch natürlich was und ansonsten könnt ihr hier für jedes via headset euch die linsen machen lassen und ich habe es schon in mehreren videos für wie optiker erwähnt also dass die teile sind echt ihr geld wert erstmals sehe ich viel besser durch diese linsen als wenn ich jetzt nur meine normale brille an habe und ich komme natürlich auch näher an die normalen linsen heran und habe somit auch ein größeres field of view da gibt es auch einen test zu den habe ich gemacht mit brille ohne brille und ja da habe ich dann die field of views getestet und ja das werde ich definitiv auch noch mal unten in die beschreibung oben in infobox packen also definitiv mal drauf schauen lohnt sich auf jeden fall für brillenträger sowieso ja das war es eigentlich eine ganz kurze info nur für euch also haltet euch den 18 11 bereit also wenn ihr jetzt sowieso vorhattet sich der glinsen zu bestellen oder plan linsen zu bestellen wartet noch bis zum 18 und dann könnt ihr bestellen und habt dann auch ja den vollen rabatt wie gesagt ist alles unten in der beschreibung verlinkt und wenn ihr fragen habt gerne könnt ihr die stellen unter den kommentaren ihr könnt uns aber auch im discord besuchen oder in unserer facebook gruppe die links dazu sind auch unten in der beschreibung also würde ich mich natürlich freuen wenn ihr uns da auch besuchen würdet und ja ich sage einfach mal dankeschön für eure aufmerksamkeit würde mich natürlich freuen wenn ihr jetzt ein abo da lasst like da lassen ist natürlich auch echt nice von euch und ich sage bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.